Hallo Freunde, willkommen zu einer Runde The Way of Life. Ich habe gerade schon mal ein bisschen was gespielt und ihr werdet ja sehen, wenn ich jetzt das Spiel starte. So, wir sind erstmal hier. Upsala, eigentlich ruckelt das nicht. So, genau. Wir sind hier in einer grauen Welt, voller grauer Menschen, ohne Gesicht, an einer Straße, die wir überqueren müssen und uns wirklich durch diese Menschenmasse durchboxen. Wir werden von den Menschen gedrückt, wir können uns nicht wehren. Ja, wir müssen uns wirklich hier durchkämpfen, teilweise. Und die Musik verrät schon, das ist ein sehr, sehr, also ein bisschen, sagen wir, gedrückendes Spiel. Ich habe das, ich habe bis jetzt nur diesen Anfang gespielt, da öffnet sich uns die Tür. Aua. Höh. So, wir gehen doch einfach mal in diesen grauen Raum, in dieser grauen Welt. Und die Türen können wir nicht öffnen, wir können auch weder die Schilder lesen. Die ganze Welt ist zerknittert und am Ende sehen wir eine Tür ins Office. Achso, ne. Dann nehme ich mal doch lieber den, den kranken Mann mit Krückstock. So, die Steuerung ist viel einfacher, äh, viel schwerer. Wir können jetzt auch nur ganz leicht bewegen, ich mache meine dicke Übung ein bisschen hoch. So, wir sind hier an dieser Straße. Wir müssen versuchen, diese zu überqueren. Oh, die Steuerung. Und wir schaffen es gerade so, auf die andere Straßenseite. I'm feeling weak. I need to rest a little. Wir müssen jetzt also ein bisschen Pause machen. Und wir warten jetzt ab, bis wir rüber können. Umdrehen fällt uns schwer. Ich setze mich mal eben auf diese Bank. Das ist also die Welt, in der wir heutzutage leben. Ich bin durch die Bank gegangen. Okay, ich glaube, wir haben uns genug ausgeruht. Wir versuchen einfach mal, das andere Ende zu erreichen. Doch ich schaffe es nicht. Ich schaffe es tatsächlich nicht, rüber zu kommen. So, jetzt vielleicht. In einem Tempo. Ganz viele Leute. Ältere Leute. Ich habe es also geschafft. Ah, ich kann springen. Ja. So. So fühlt es sich also ein kleiner Junge. Oh, ist das unangenehm, ey. Oh. Äh? Ich verstehe gar nicht, was da der Fehler war. So, wir wollen zur Sugar Realm. Wir haben uns gerade ein bisschen da durchgebackt. Ein kleiner Junge. Nein. Shit. So. Das ist wirklich ein anspruchsvolleres Level. Ich finde das Spiel... Das ist auf Steam. Gibt es... Äh, es gibt es kostenlos zu spielen. Ähm. Ja. Also wer Lust hat, einfach Way of Life... ...gucken. Bei Steam. Und... Kostet nix. Äh. Ui. Komm, wir sind schon ganz weit. Die Sprünge werden einfacher. Doch trotzdem haben wir Angst um unser Leben. Wahrscheinlich sind wir gerade in Traum von dem Jungen. Und wir sind oben. Uns bietet sich eine Mühle aus einem Schokorad. Wir sind oben angekommen. Die Welt ist bunt. Und... Ich gehe mal ins Tor rein, was er öffnet. Ein riesiger Donut. Den wir jetzt in einem Raum ganz für uns alleine haben. Lecker Schmecker. Ja. Ich glaube, das war's sogar schon. Ähm. Ja. So. Ja, okay. Ähm. Das war's dann von diesem Spiel. Ist ein sehr kleines Spiel. Aber es ist lustig, mal so reinzugucken. Ähm. Ich dachte mir, es ist vielleicht schön, mal ein anderes Spiel hier zu zeigen. Und, ähm. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Und auf Wiedersehen. Bis dann. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020